Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Am Freitagabend geht es ja in Dresden um die nächsten wichtigen drei Punkte und die Hoffnung bei uns Schalkern ist ja durchaus da, dass im Saisonendspurt nahezu alle Spieltürfügungen stehen und wir damit nicht mehr wirklich viele verletzt haben. Denn das war ja durchaus ein Problem in der aktuellen Saison. Aber gegen Dresden könnte dann doch noch für viele das Spiel etwas zu früh kommen. Andreas Wintheim trainiert aktuell noch individuell. Ja, da wird es wohl sehr, sehr eng mit dem Kader und ähnlich sieht es wohl auch bei Memo Aydin aus. Der aktuell auch verletzt ausgefallen ist aufgrund einer Oberschreiengeverletzung, kommt da bislang im Jahr 2022 noch nicht zum Einsatz. Und wie Wintheim trainiert der Aydin am Dienstag erst einmal nur individuell, macht aber sogar etwas mehr mit als der Norweger. Ein dosiertes Penso hat auch Innenverdeidiger Malik Chau absolviert. Aufgrund seiner Knieprobleme war er angeschlagen, trainierte ja während der Nänderspielpause generell nur dosiert und machte zumindest erstmal Passübungen mit. Auch sein Eindruck am Freitag in Dresden dürfte noch fraglich sein. Kohitakura ist dafür wieder zurück. Er ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf und da sieht es wohl auch gut aus für Thomas Ovian und Salif Sané. Denn laut der Watz trainierten beide ohne Einschränkungen mit der Mannschaft und sind somit Kandidaten für die Startformation. Auf Stürmer Marvin Piringer muss Schalke aber noch verzichten. Er hat sich ja im Testspiel gegen Utrecht ein Jochbeinbruch zugezogen und wird dahingehend auf jeden Fall ausfallen. Bei Chau Ovian, Sané und Aydin ist hier offen laut Sky auf jeden Fall da, dass sie im Kader stehen. Ovian und Sané sogar Stallelfkandidaten sind. Bei Wintheim muss man wohl noch am ehesten abwarten, ob er überhaupt schon gegen Dresden ein Kandidat sein wird. Eure Meinung zum Personal gehen mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.